So, hey. Werd sie mir holen! Betrug! Parag! Keine Tricks mehr. Nur ne Trachtprögel. Kämpf ordentlich oder gar nicht. Keine Tricks mehr. Zwei für einen. Warum nicht? Wir wissen, dass Devorah hier ist. Wo ist das Amulett? Kotelkan, die Lage hat sich geändert. Eure Lügen wirken bei mir nicht. Weiß er es? Noch nicht. Er muss aber... Ich töte euch beide. Shinnok wurde befreit. Er ist im Himmelstempel. Er hat schon die Lebenskraft des Erdenreichs infiziert. Der Himmel tobt. Das Erdenreich ist verloren. Nicht, wenn wir zusammenhalten. Ich beschwichtige Shinnok. Bring ihm eure Köpfe. Gewinne Zeit, um unsere Verteidigung zu verstärken. Ihr müsst uns helfen, Kotelkan. Es ist zu spät fürs Erdenreich. Shinnok ist jetzt sein Meister. Ich beschwichtige Shinnok. Ich beschwichtige Shinnok. Kämpf zur falsche Schlacht. Kämpf zur falsche Schlacht. Du hättest uns helfen sollen. Das reicht. Oh Mann! Das ist doch mal ein wahrgewordener Traum. Du hast schräge Träume. Sklaven, ihr sterbt heute Nacht. Nittar! 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 Danke, Großmeister. Ich bleibe hier und schicke Kotel Kahn zurück in die Außenwelt. Begebt euch zum Himmelstempel. Es geht um das Schicksal des Erdenreichs. Lord Shinnok ist fast soweit. Bald wird die Korruption des Jinsing unumkehrbar sein. Die Invasion wird dann weitergehen. Raiden und seine Verbündeten werden uns keinen Widerstand leisten. Sobald das Reich fällt, ist unser Pfad zum Sieg frei. Teilt Lord Shinnok mit, dass Oni und Oroki bereit sind. Auf seinen Befehl lassen wir sie auf das Erdenreich los. Habt ihr Raidens Himmelsportal gefunden? Ja. Seine Magie schützt es. Wir kommen nicht durch. Inakzeptabel. Nach der Zerstörung des Erdenreichs werden wir die Rache Lord Shinnoks vollenden. Im Himmel einmarschieren und die Götterältesten zerstören. Kommt. Krieg gegen den Himmel führen? Wenn Shinnok die Götterältesten besiegen kann? Ende des Universums, klar. Kung Lao, ihn so zu sehen. Wir werden alle im Unterreich herumhängen müssen, wenn das hier schief geht. Kommt. Herr Kayla! Hat dir deine Mutter je erzählt, was ich mit ihren Freunden machte? Sie getötet in nur einem Augenblick. Und deine Tochter. Bist du stolz darauf? Im Tod sind wir verbunden. Du wirst dich uns anschließen. Und ich werde dir eine gescheite Erziehung zuteil werden lassen. Du wirst dich aus. Ich werde dir eine gescheite Erziehung zu. Du wirst die Erziehung aus. Entforscht. Du wirst mich mit ihren Mitarbeitern voran. Ja! Yes! Vielleicht nächstes Mal. No! 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 Help! Help! Ah! 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 Nettes Angebot, liebste Mutter. Aber nein, danke. Ich schulde dir was. Ah! 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 Ich schulde dir was. Werde ich mir merken. Ah! Hau ab, Prinzessin! Denkst du wirklich, Worte können mich aufhalten? Danke für die Hilfe. Jeder zahlt. Beeilung, Ladies! Ah! Ah! Nein! Du willst zuerst sterben? So sei es. Bauer. Oh! Yes! Was ist das? Niemand legt sich mit mir an! Niemand legt sich mit mir an! Niemand legt sich mit mir an! Du tötest niemanden. Hilf Jackie! Er hat dich übel erwischt. Wie charmant von dir. Ich kann kämpfen. Jackie? Es ist nichts. Genau wie in Kurdistan. Ihr zwei geht. Jackie und ich regeln das. Was? Wir halten euch nur auf. Vergiss es. Verdammt. Passt auf euch auf. Wir sehen uns dann später. Sie schmecken dein Fleisch. Graben tief. In dir wachsen sie. Nagen an deinem Gedern. Bei den Göttern. Dad! Wie Vater so Tochter. Werden sie ähnlich schmecken? Geben sie einfach auf. Geben sie einfach auf. Geben sie krär. Geben sie noch. Das war's für heute. Das war's für heute.